Wir unterbrechen unseren regulären Sendebetrieb für eine Breaking News Sendung, weil wir wollen, dass Sie wissen, dass wir ihr dieses wunderbare Akku Handmassagegerät wieder liefern können. Es ist aber schon zum Viertel vorbestellt und die Nachfrage ist riesengroß und ich bin ebenso ein Riesen-Fan dieses Gerätes. Sieht nicht nur toll aus, es kann auch ganz, ganz viel und vor allen Dingen eben auch wirklich entspannen und da den Schmerz lindern, wo er eben sitzt und Sie haben es in der Hand. Aber die liebe Anne erklärt Ihnen gleich alles weitere dazu. Ja, Sie haben es im wahrsten Sinne des Wortes in der Hand, wie es Ihnen geht, ob es Ihnen gut geht oder nicht. Denn wer hier zugreift bei diesem wunderbaren Massagegerät, der wird ein wahres Wunder erleben, nämlich Entspannung pur. Es ist in aller Munde dieses wunderbare Akku Handmassagegerät akkubetrieben. Ja, das heißt keine störenden Kabel und dann können Sie sich verwöhnen lassen und das in sechs Intensitätsstufen. Schauen Sie mal hier, sechs verschiedene Stufen, die Sie jetzt hier einstellen können. Das heißt, Sie bestimmen, wie intensiv soll die Massage sein. Und dazu bekommen Sie heute noch gratis vier Aufsätze mit dazu. Dieser U-förmige Aufsatz, der ist zum Beispiel wunderbar dafür geeignet für den Schulternackenbereich. Außerdem bekommen Sie noch einen pilzförmigen Aufsatz, zum Beispiel auch nach dem Sport, um die Muskeln aufzulockern. Dann den konischen Aufsatz, wunderbar für Fuß oder für Hand, für eine Art Akkupressur. Und zu guter Letzt, und das ist mein Lieblingsaufsatz, den Kugelaufsatz. Und die sind genial, weil diese Bewegung, die geht bis runter in die tiefliegenden Schichten. Man sieht das richtig, ohne dass ich dafür viel machen muss. Sie setzen das nur auf, die gewünschte Stelle auf, und den Rest macht das Massagegerät für Sie. Es ist ein Traum. Und das jetzt eben nicht für 150 Euro, nicht für 50 Euro, sondern für 47 Euro. Einfach nur draufhalten und verwöhnen lassen. Es ist genial. Schauen Sie mal, wie einfach das hier geht. Sehen Sie diese wellenförmige Bewegung? Das ist genial. Und das geht wirklich bis in die tiefer liegenden Zellen hinein, ins Bindegewebe. Aber natürlich auch Muskulatur, Faszien, für alles sehr gut geeignet. Und gerade jetzt, wo man auch so die Durchblutung leicht verhindert ist, weil man eben auch so fröstelt, ist es natürlich auch Gold wert. Oh ja, es fängt ja bei den Frauen oft in den Füßen an, dass man kalte Füße hat, weil die schlecht durchblutet sind. Ja, hiermit nehmen Sie einfach zum Beispiel dann den konischen oder den Pilzförmigen Aufsatz und massieren sich die Füßchen wieder warm. Also ich kann Ihnen nur einen Tipp geben, das wirkt wunder, gerade bei Frauen, weil dann wird die Stimmung wieder ganz schnell nach oben schnellen. Denn ja, wir regen auch den Stoffwechsel an, die Durchblutung wird schön angeregt und alles wird gelockert und entspannt. Und ich mache es auch gerne so hinten am Po, weil der Ischias, den merke ich manchmal, wenn der Po ein bisschen so verkrampft ist, dann zieht es in den unteren Rücken, aber man kann es dann selber punktuell genau da eben nutzen, genau da, wo der Schmerz oder die Verkrampfung sitzt. Sie haben es in der Hand genau nach Ihren Bedürfnissen. Und wir sind immer ziemlich entspannt, weil wenn wir fünf Minuten Pause haben, dann sitzen wir mal hinten in der Ecke und massieren uns entweder Füße oder Rücken oder Oberschenkel, alles, wie wir es eben gerade brauchen. Das ist eben das Schöne, man kann jede Körperregion sich auflockern lassen, massieren lassen, man kann es für jede Stelle nutzen, jede Intensität. Mit sechs Intensitätsstufen, das heißt, hier kommt jeder auf seine Kosten und dann noch die verschiedenförmigen Aufsätze. Es ist ein absolutes Highlight, es ist ein Trendprodukt, was man derzeit überall sieht, aber die gehen ja teilweise bei 200 Euro aufwärts los. Und jetzt eben bei uns für 47 Euro, es ist ein Knaller. Es ist übrigens auch mal ein schönes Weihnachtsgeschenk für jemanden, der ständig unter Stress ist, der immer viel zu tun hat, der immer so verspannt ist, ja diese klassische Bewegung, die kennen wir. Einfach schauen Sie mal, ich kann das hier sogar selbst bei mir machen, ohne Kraftaufwand, einfach hier den Aufsatz dazu wechseln. Den drehen Sie ja einmal nur raus, setzen dann den nächsten Aufsatz ein und so einfach kann das gehen. Und das ist auch wirklich ein Highlight jetzt für den Preis, seien Sie schnell. Es liegt super in der Hand, das Ganze kabellos, überall einsetzbar, ein leichtes Gerät und es arbeitet für Sie. Und für mich persönlich ist, ist das Wellness-Erlebnis überhaupt. Ja und Ihre Wellness-Oase, die ist ja zum Mitnehmen, die passt ja praktisch in jede Handtasche, in die Sporttasche, sitzen Sie jetzt im Auto, warten auf Kinder oder Freunde oder nach dem Sport, in der Umkleide, ist ja egal. Und Sie haben ja bis zu fünf Stunden Laufzeit, das ist ja enorm, wenn man das mit anderen Geräten vergleicht. Das ist ein super Qualitätsmerkmal für diesen kleinen Preis. Und ich sage Ihnen, Sie können den ganzen Körper vom Scheitel bis zum kleinen Zeh massieren und ich sage Ihnen, dieses Entspannung, das bietet Ihnen mehr Lebensqualität. Und das mit nur einem Gerät. Sie haben ja sechs Intensitäten und vier Aufsätze, also wirklich vom kleinen Zeh, wenn es da zwickt, dann nehmen Sie halt einfach mal hier den konischen Aufsatz. Oder eben den Nacken oder das Gesäß oder den großen Oberschenkelmuskel mit dem großen runden Kugelaufsatz. Das wirklich je nach Bedürfnis, überall dürfen Sie da massieren. Oder denken Sie mal an eine Paarmassage, weil da muss der eine nicht hart arbeiten. Das macht beiden Spaß, weil die Arbeit kommt ja aus der Pistole. Sechs Intensitäten, das geht richtig schön tief, sage ich Ihnen. Ja, man kann es wirklich überall einsetzen. Auch hier, gerade die Hände, ist ein schönes Anwendungsbeispiel. Wenn Ihnen zum Beispiel manchmal die Hände kribbeln, wenn die nicht so gut durchblutet sind. Da ist es auch wunderbar. Oder aber auch für die Füße. Ja, gerade an den Füßen hat man so viele Punkte, die, wenn man die mal drückt, man kennt das ja von der traditionell chinesischen Medizin oder von der Akupunktur oder Akupressur. Ja, da nutzt man das ja auch ganz gerne, gerade so die Fußreflex-Turm-Massage nutzt man da. Und da ist das natürlich jetzt ideal, um zum Beispiel auch mal hier diese Punkte zu massieren. Wenn Sie zum Beispiel Kopfschmerzen haben, wenn Sie verspannt sind, wenn die Beine ständig einschlafen, da kann man das wunderbar nehmen. Schauen Sie, hier einmal drum massieren. Also ich mache ja nicht viel, ich gehe ja hier nur drüber. Theoretisch könnte das auch Diana selbst machen. Aber jetzt ist das natürlich das Schöne. Du hast die Paar-Massage angesprochen, dass man sich da auch mal gegenseitig massieren kann. Das ist genial, auch so für die Hände. Es ist einfach ultra angenehm, oder? Und hier sieht man übrigens mal diese ganzen Punkte, die man damit hier auch lockern kann, massieren kann. Allein nur in den Füßen, das ist genial, ne? Ja, ja, also ich habe noch so einen Punkt im Fuß, wenn ich mit denen massiere. Ich sage ihnen, oh, mir geht es direkt so viel besser. Sie kennen sich selber, Sie wissen, wo es zwickt. Sie wenden es an, da, wo Sie wollen und vor allen Dingen, wann Sie wollen. Das können Sie ja überall und immer machen. Das ist akkubetrieben, ohne Kabel, fünf Stunden Laufzeit. Das ist wirklich auch ein Riesenqualitätsmerkmal dabei. Sie haben die vier Aufsätze dabei, sechs Intensitäten, fünf Stunden Laufzeit. Und für Sie jetzt endlich wieder lieferbar. Also da seien Sie bitte schnell, ist ein super Geschenk auch an Sie selber. Tun Sie sich was Gutes oder verschenken Sie diese super akkubetriebene Massagepistole. Hier Nikolaus Weihnachten steht bald vor der Tür. Aber ein Viertel von diesen Pistolen ist schon vorbestellt. Also da direkt ran ans Telefon und bestellen. Ich gebe Ihnen eben die Bestellnummer. Das ist die NX 4837569. Sichern Sie sich bitte diese wunderbare Massagepistole. Denn ein Preis von 47 Euro, wenn man das vergleicht bei anderen Herstellern oder Anbietern, da kommen Sie auf locker den dreifachen Preis. Denn hier dieses Gerät ist nicht nur super optisch genial. Sie können vom kleinen Zeh, wie hier gerade Anne das macht, bei Diana, vom kleinen Zeh massieren mit dem konischen Aufsatz bis hin zum, ja, von mir aus auch den Nacken. Also das haben Sie ja auch gesehen bei Diana im Video mit dem U-förmigen Aufsatz. Genial einfach den Punkt erwischen, der zwickt. Und Sie haben es in der Hand, sich da zu entspannen, Schmerzen zu lindern und einfach Ihre Wellness-Oase da einzusetzen, wo Sie es eben gerne haben. Ich mache das mal. Also das ist wirklich ein Wunder, weil du das gerade ansprichst, den U-förmigen Aufsatz. Sie können das ja hier so schnell auch wechseln. Ja, einmal ausschalten, dann den alten Aufsatz, also alten Aufsatz rausnehmen. Hier jetzt den U-förmigen Aufsatz so ein bisschen draufstecken. Und der ist jetzt wunderbar hier gerade so für den Schulter-Nacken-Bereich geeignet. Ich mache das mal hier, weil das kann man theoretisch auch alleine machen. Aber so als Paar-Massage, wie du ja auch vorhin angesprochen hast, ist das natürlich auch wertvoll. Und gerade jetzt verschiedene Stufen einfach mal einstellen. Sie haben es ja hier in der Hand. Schauen Sie, das ist hier der Knopf. Es gibt nur diesen einen Knopf, weil es auch sehr, sehr einfach von der Bedienung. Und dann stellen Sie jetzt hier die gewünschte Intensität ein. Das ist sensationell und es ist Profi-Qualität von Neutral Medicals. Und das ist zum ganz kleinen Preis. Ich glaube, Diana fängt gleich an zu schnurren. Ja, ja, ich schnur auch schon. Ich sage dir, auch hier bei schweren Beinen, wenn man das so kennt, man hat schwere Beine oder die schlafen einen hier mit. Wecken Sie Ihre Beinchen wieder auf. Sie durchbluten hier meine Oberschenkel gerade. Die habe ich auch beim Fahrradfahren sehr beansprucht. Laktat rausarbeiten. Egal, was Sie möchten, wie Sie möchten. Zu Ihren Bedürfnissen. Genau, wann Sie wollen. Und bitte, bitte schnell sein. Schon ein Viertel von diesen Massagepistolen sind schon wieder bestellt. Wir haben eine neue Lieferung drin, aber auch das Lager hier leert sich. Da bitte schnell sein. Die Bestellnummer ist die 48 37 569. Bitte, bitte jetzt schnell bestellen. Tun Sie sich was Gutes oder verschenken Sie einfach diese kleine Wellness-Oage to go. Ich möchte Sie nicht mehr missen. Seien Sie schnell, bestellen Sie sofort. Das ist ein Viertel von mir.